Jetzt steck mich hier unten fest! Ich komm nicht mehr weg! Ey Toad, du bist blöd! Ich komm nicht mehr weg! Alter, was hast du denn für ein Outfit? Haha, krass! Profi-Gamer am Start, ey! Ja, richtig! Jungle & Cave Exploration, Alter! E ist gleich M-Danie-Quadrat, aha! Boah, ich erinnere mich! Ich hab das Level schon dreimal gemacht! Entschuldigung! Boah, aber das war auch irgendwie komisch! Ja, ja, am Ende ist es unfair, dass man stirbt! Und dann freut er sich im Stream! Stirb mit Ü! Jaja, da muss man aufpassen, am Ende stirbt man! Ähm, übrigens, Leute, ich möchte mal hervorheben! Wir haben gar keine Lacks mehr! Ja! Stimmt! Wunderbar! Stimmt! Oh Gott! Ich hab mich an einer M&M verschluckt! An einem M&M! Oh, stimmt! Wieso musst du spoilern? Ey, ich hab das viermal schon durcherlebt! Shaden! Ist nix spoilern! Was ist das für ein komische Wellen, Alter! Ich fühl mich ein bisschen wie auf Drogen in diesem Level! Was fühlt ihr? Alter! Man, ich komm da nicht hoch! Ich bin zu inkompetent! Ich hätte oben lang gehen müssen, glaube ich! Ich hätte oben lang gehen müssen! Ah ja! Wieso komm ich da nicht hoch, Alter? Wieso kommt ihr da hoch und ich nicht? Das sehr lustige Level, ich erinnere mich! Tophie, bist du da hoch? Ja! Komm, wir gehen einfach hier oben! Komm, wir gehen einfach weg! Aua! Ihr dürft halt nicht die Pfeile folgen! Dann seid ihr im Arsch! Ihr habt im Arsch? Ey, ich hab nen Pilz! Für mich hat sich das Level schon gelohnt! Ich hab nen Pilz! Daniel muss lachen, sagt er! Ah, Hilfe! Oh Gott, hier ist ja ne Bahn! Hier ist ja ne Bahn! Die Bahn! Die Bahn macht mobil! Ah, Hilfe! Nein! Hä, seit wann ist es hier schwarz-weiß? Hilfe! Ja, keine Ahnung! Der hat... Epilepsie ist halt hier, ne? Nein! Eigentlich müsste am Anfang Epilepsie-Warnung kommen! Nein! Epilepsie-Warnung? Ich war so weit! Ich war so weit! Hä? Bei den Mannschern kommt man doch gar nicht vorbei! Sind alle tot? Danke! Sind alle tot, ja toll! Tolles Level! Uff! Ja, kannst dir vorstellen! Ich hab das Level schon dreimal gespielt! Christian, danke für das Kompliment, aber ich... Was schreibt der denn? Oh Gott! Hilfe! Dass Daniel die größten Brüste im BRW-Land hat! Ein heißes Hex... Nexomon bist! Bravo! Mann, ich hab die voll verschluckt! An dem Scheiß M&M! Wieso frisst du denn schon wieder? Ich denke, du bist auf Diät! Ich bin überhaupt nicht auf Diät! Guck dich dann, Alter! Diät M&M! Es leckt übrigens! Es leckt übrigens! Die dürfen das nicht... Hör auf zu lecken! Alles... Immer wenn er die M&M-Tüte aufmacht, leckt es sie! Ja, genau! Vor allem immer, wenn ich sie aufmache! Ich muss sie nur einmal öffnen, Brauni! Isst du heute die ganze Packung? Das sind 800 Kalorien oder so! Packung! Packunge! Packunge! Wie schlecht! Alter, ich sterbe! Jetzt steck mich unten fest! Ich komm nicht mehr weg! Ey, Toad, du bist blöd! Wo steckst du? Ich komm nicht mehr weg! Aua! Du Arsch! Okay, jeder, der hier spawnt, wird von mir umgebracht! Das ist das Beste an diesem Level! Warte, Toad! Mach mal nichts! Ich möchte eine Chance haben! Ich bin fast da richtig! Die kommt doch gar nicht weiter hier! Tofi, so warten sie auf mich! Tschüss! Wer ist Toadette? Wer ist Toadette? Alter! Ich glaub den Sprung hier... Über uns zum Checkpoint! Ich glaub den Sprung hier... Das hier kann man nicht schaffen! Warte, jetzt... Weil es ja immer weiter auseinander geht! Toll! Hä? Das kann man... Sehr witzig! Du hast das Level doch schon mal beendet! Man kann's schon... Ne, ich mein an der Stelle, wo man hier runterfällt, kann man das nicht beenden! Oh! Nein! Verrückt! Erich ist runtergesprungen! Das ist so crazy hier! Oh! Ich bin gestorben! Ey, die sind alle tot! Ja! Ich will noch irgendjemand ein Level einsenden! Möchte jemand uns diesen Qualen... Diese Qualen ein Ende bereiten hier? Ich hab das dreimal miterlebt! Und... Ich glaub in allen drei Teilen... Also ich hab's jedes Mal beendet, aber ich war am Ende immer sehr schlecht gelaunt! Weil... Mario Level sind nur gut, wenn sie scheitzschwer sind! Ich hab... Ich hab bei dem Level am Ende... Äh... So ein Kack-Emoji gemalt! Mit nem Herz! Und ich wurde von Nintendo verwarnt! Wenn das nochmal passiert, werde ich gewarnt! Jonas hat dich... Jonas hat dich... Ja, ja! Jonas hat mich reportet und Nintendo sagt Jo! Ehren Jonas! Ehren Jonas! Ehren Jonas! Ja! Aua! Man hört eure Freude! Au! Wieso? Ach! Die Bahn ist doch scheiße! Die kommt immer zu spät, die Bahn! Wie gesagt, das Level muss dem Spieler Spaß machen und nicht dem Asteller beim Zugucken! Na, du musst es so sehen! Wir sind vielleicht einfach nicht die Zielgruppe dieses Levels! Vielleicht die Zielgruppe eher ein Profi-Gamer! Ich hab das schon dreimal gemacht! Ne, allein ist das tatsächlich immer leichter! Zielgruppe Hobbylos! Egal welches Level man spielt! Das war schlecht! Obwohl so schlecht war das gar nicht! Kann man da nicht einfach mal stampfen und das Vieh totmachen? Ah! Ah! Bei mir ist schwarzes Bild! Ich kann gar nicht zu euch kommen! Jetzt... Geil! Aber wieso... Ach man, ich wollte doch rüber springen! Wieso hat er nicht gemacht... Wieso springt der nicht der Scheiß, Luigi? Hier muss man auch wieder warten! Toll! Oh! Verrückt! Es geht auch ohne den Pilz zu verlieren, aber es ist halt einfach nur ätzend! Jetzt krieg ich keinen Pilz mehr! Danke, Mario! Danke! Tut mir leid! Ja, tut mir leid! Aua! Mann! Ach, das ist ein Scheiß-Level! Nein! Ach! Aber ich würde... Das war eigene Dummheit! Es wird aber noch unfair, keine Sorge! Das ist noch der leichte Teil! Was ist das denn? Ach, das ist ja immer noch nicht vorbei, oder wie? Nein, nein, da kommt noch mal ein Dschungel! Und da müsst ihr auch passen, weil kurz vom Ziel kommt noch mal eine Pflanze, die euch tötet! Ich hab gegen meinen Bildschirm gespuckt! Und da bin ich dann geraged, weil das ist einfach nur... Okay, ich lauf einfach durch! 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 Du weich! Du weich! Ach lol, wie komm ich in der Umi hier vorbei! Ach lol! Ach lol! Roffel roffel! Sag mal kurz, geh mal vor! Stell dir vor, gleich kommt es eine Stelle, wo man stirbt, dann musst du das alles nochmal machen! Tja, Dani, hö! Profi-Gameplay hier am Start! Hä, ich hab gar nicht... Das ist die Stelle! Genau, du bist im Ziel! Ah, toll! Da kam grad dieses... Hast gesehen? Da kam von oben dieser... Wie heißt der? Da war auf ein M&M, wo ich mich wieder schlucken kann! Und der tötet einen, wenn du alleine bist! Speedrun mit EA! Oh nein! Speedrun mit EA! Speedrun mit EA! Hab ich das richtig gelesen? Oh mein Gott! Ich bezweifle, dass das das richtige Level ist für mich! Was? Ja, vor allen Dingen! Speedrun mit EA! Was ist das denn? Wir sind alle tot! Hä? Wie hat's Toilette denn geschafft? Hä? Wie ist das Bo... Toilette ist rübergekommen! Ich kann kein Deutsch mit! Hä? Toilette, du komische! Wie seid ihr denn da rübergekommen? Hä? Achso! Gesprungen mit diesem Drehsprung! Achso! 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 Ey! Ey! Was müssen wir... Hier müssen wir auch... Nein! Warum schubst du mich da hin? Da muss man auch diese Drehsprung machen! Das ist ein Powerblock! 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 Ja, das macht Sinn! Und jetzt weiter, 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 weiter! Go, 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 go! Go, go, go! Was? Was? Man, die sind alle tot! Hä? Wieso? Mir hat das nicht geklappt mit dem Spinner! Und einer hat go, go, go geschrien! Wer? Ich krieg das nicht hin mit dem Wirbelchen! Mit dem Wirbelchen? Wer ist eigentlich, wer ist eigentlich hier wer? Ich bin Luigi! Ich bin Mario! Ich bin ich! Ich bin ich! Das war ja eine Frage! Nein! Warum schiebst du mich da rein? Oh! Hä? Wie schnell kommt die denn? Sind schon wieder alle tot! Ich kann das nicht! Mich? Oh, du! Wie läuft für ein Müll! Hör auf mich rum, zum Schw in die� Trinity! Ach, da muss man gar nicht hin! Ja, man muss den Wandsprung machen. Ey, also mal! Toadette! Oh, jetzt sind wir alle tot! Oh nein, nur weil Toadette wieder so komisch... Och Mensch, Toadette, geh ins Klosett! Ich kann ihn mehr. Lukas hat uns getötet. Nee. Zeit abgelaufen. Jarell, hast du das Level tatsächlich schon hinzugefügt? Aber das war ja auch kein Speedrun, das war ja ein Speedrun. Oh, oh, Alter, das Bild sieht ja schon scheiße aus. Was? Ich sehe kein Bild. Das kleine Bild da unten, hast du das nicht gesehen? Oh mein Gott. Das Level hieß irgendwie, wie hieß das? Hot, hot? You are a hot bullet bill. Oh mein Gott. Ey, da steht Einzelspieler. Da stand Einzelspieler. Super, dass wir zu viert sind. Gut. Ich bin tot. Oh ja, toll, ich sehe... Okay, tschüss. Ich bin Rakete. Ich bin die Rakete. Warum sendest du dieses Level ein, wenn nur einer das spielen kann? Nein, warte. Ich bin tot. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe auch nichts. Es kann halt nur einer spielen. Du musst mit der Rakete spielen. Ja. Nee, es kann nicht nur einer spielen, die Rakete respawned. Ach so. Wie funktioniert die Raketenschleuerung? Ich habe es vergessen. B, B drücken. P? B. P gibt es nicht. Ich habe kein P. Ich habe leider kein P auf meinem Computer. Ich habe nicht. Übrigens, hier unten ist ein Schlüssel. Was hat das zu bedeuten? Wir kommen aber auch nicht nach unten. Ich sterbe. Ich bin unten gewesen, aber ich bin tot. Oh, wer fliegt denn da gegen die Dinger? Aua. Hä? Man verliert die Rakete sofort. Ja. Ach. Wie war das? Nur nach rechts laufen? Ja. Ja, das war früher Eriks Level. Eriks Level. Toll. Erich. Er hat die Kritik angenommen und was Schwieriges gemacht. Warum werde ich hier eigentlich noch einen Halt umhaufen? Schwierigem Level, Mann. Das geht so nicht. Nee, ich verstehe das nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Flappy Bird. Dann bin ich auch kläglich gescheitert. Leppy Bird? Erich, was erstellst du hier für ein Level? Hä, wieso bin ich jetzt tot? Och nein. Tschüss. Geh weg da, Mann. Das Level ist, glaube ich, zu schwer. Die Gedanken hättest du dir vorher machen sollen, Eriks. Oh Gott. Meine Rakete ist explodiert. Aua. Hilfe. Wer ist denn der Blaue? Hä, wieso sind die Dinger denn immer im Weg? Ihr seid im Weg. Nee, diese komischen Paracoupers. Wieso fliegen die überhaupt? Die können ja auch was einfach da durchschießen, oder? Hä? Kannst du da nicht durchfliegen? Man kann schießen mit der Rakete? Nein, aber man kann durchfliegen. Ich kann nicht. Nee, du kannst nicht gegen die Dinger fliegen. Man kann wirklich nicht durchfliegen. Das ist ja folgendwöch. Ja, eben, dann verlierst du die Rakete halt. Muss man... Kommt danach noch was oder ist man dann fertig? Fertig mit den Nerven auf jeden Fall. Hä? Ich bin jetzt schon fertig, ey. Man braucht einfach das Glück. Man braucht einfach das richtige Timing. Wieso wurde ich ausgelacht vom Spiel? Hey, wer ist denn der Grüne? Der ist ja richtig gut gewesen. Irgendeiner hat mich gerade getötet. Warst du, Luinchi? Du warst richtig gut. Ja. Ja. Ich wollte durchfliegen und dann hast du mich da getötet. Hä, ich war das gar nicht. Aber wir haben gleich alle Coopers getötet. Hä, was ist das für ein Schlüssel da unten? Mann, da ist ein Schlüssel, Leute. Machst du das schon wieder? Leute, da ist ein Schlüssel. Nein, der Schlüssel ist eine Trappe. Wieso macht da eine Schlüssel-Attrappe dahin? Um dich zu verarschen. Erich, was ist los mit dir? Gesoffen oder was? Nein, nein, nein. Ich kann das nicht, Mann. Ich war so als ob ich das fertig war. Oh nein, die spawnen ja neu. Ach, Alter, leck mich. Ach, nö. Scheiß-Level. Erich, hast du gekifft? Okay, ich habe das Ziel gesehen. Das war's. Wenn ihr da durchkommt, ist man fertig. Ach, wenn man durchs Ziel geht, ist man fertig. Das ist echt revolutionär, Brauni. Danke für den Tipp. Weisheiten. Oh, ich hätte es fast ohne Rakete geschafft. Ach, nö. Es ist so einfach, das Spiel. Ja. Ich weiß jetzt, was man machen muss. Ich habe es gecheckt. Ach, mit der Rakete. Man muss mit der Rakete durchbiegen. Ja, ach. Ja, wieso sagt mir das keiner? Alter, du bist echt... Wenn es so offensichtlich ist. Du bist echt so... Jarelle, wer bist du denn? Ah, okay. Nee, Jarelle, es gibt das Level, oder was? Nein! Fuck, doch, doch, ich lebe noch. Ich lebe noch. Tschüss. Ja, du kannst... Kannst an jeder Etappe, kannst du stoppen. Warte, warte. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Man kann an jeder Etappe stoppen. Das gibt es doch nicht. Ich komme noch nicht hoch. Ich glaube, deswegen... Ich glaube, das ist der Sinn, dass man da nicht hochkommt. Ja! Ich wäre fast umgeregt. Ja! Oh mein Gott, ich möchte auch hoch. Man kann an jeder Etappe stoppen bei dem Fliegen. Hä? Bei den Fliegen. Bei den Fliegen. Ja, toll, jetzt habe ich alle... Ich bin Herr der Fliegen. Und ich bin die Einzige, die jetzt noch hier unten wartet. Wow. Hä, was ist das für eine Scheiße? Ich falle immer noch. Oh. Hallo. Hi, na, warte, ich habe die anderen beiden schon hochgekickt. Soll ich dich auch hochkicken? Ich habe dich hochgekickt. Sehr nett. Dankeschön. Wieso werde ich ausgelacht vom Spiel? Ey, das Ding spawnt hier nicht mehr, ne? Zeit abgelaufen. Nee, nee. Gar kein Bock, das jetzt alles nochmal zu machen. Erich sagt, das war nur der Anfang. Wollen wir einen anderen Lern machen? Ich sage, Erich hat gesoffen. Nee, warte mal, das ist hier einfach. Das ist richtig einfach. Doch, ihr könnt hier an jedem Punkt stehen bleiben und warten. Ihr müsst nicht alles einmal durchfliegen. Okay, ich bin tot. Hättest du mal die Schlüssel gesammelt? Ich gebe auch auf. Gib. Gib auf. Gib auf. Sharelle hat auch aufgegeben. Wem gucken wir jetzt zu? Das ist die einzig logische Schlussfolgerung aufzugeben. Alles andere wäre verwischt gewesen. Da steht ja auch ein Clip-Player. Sollen wir wieder Random-Level machen? Ich habe ja noch ein Level von Sharelle, aber hätte es... Das von Sharelle noch. Aber wenn Sharelle sein eigenes Level spielt? Ja gut, Dani hat auch ihr eigenes Level gespielt und verkackt. Wollte ich gerade sagen. Ich bin Luigi. Wieso bin ich die Frau? Es leckt. Hä, das ist die normale Starter-Welt. Nee, doch nicht. Einfach durch mich. Aber der ist doch in the wrong world. Oh ja, ich bin Link. Es leckt. Ich bin Link. Hey, hallo. Jeder wird Link außer ich oder was? Huch. Irgendjemand hat mich nach draußen geschmissen. Boah, ich habe ein Dings. Wir brauchen einen Piss-Switch. Hä? Warte, ihr springt und ich spring rüber. Fertig. Ah, easy. Spring mal. Spring mal. Ah, oder so. Tschüss. Hey. Hey, na. Du musst da oben dieses Ding anschießen. Aber vor allen Dingen, Sharelle macht das ja alles. Ja, ist doch gut. Ja, eben. Wenn Sharelle dein eigenes Level macht, ist das doch scheiße. Hilfe. Ach, hier ist ein neuer. Ich habe mein Schwertchen verloren. Wir müssen uns beeilen. Warum habt ihr den Schalter? Der Piss-Schalter ist gleich weg. Dude. Geh weg. Ich brauche ein Schwert. Ich bin der einzig wahre Link, denn ich bin grün. Das wage ich zu bezweifeln. Ich bin aber grün. Uff. Ey. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht. Uff. Danke. Hallo. Ich stecke den auf. Hä? Wir brauchen einen Schlüssel. Ah, Hilfe. Ich gehe weg. Nein, ich komme nicht mehr weg hier. Ich habe den Schlüssel. Hä? Oh, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Wie dumm ist das denn? Wie bist du dumm? Ich stecke hier fest. Ich stecke hier fest. Och Mann, ihr hat uns gedeadlockt. Was ist denn das für ein Level? Da muss ich mich umbringen. Hä? Vor allen Dingen, man kann sich gar nicht umbringen, wenn man nicht mehr Link ist. Doch. Hier, ich kann mich umbringen. Aber ich kann mich nicht umbringen. Siehst du? Jarell, das hast du falsch gemacht. Es gibt unter 6 von 6. Hä? Weißt Shadow eigentlich, dass du gestern seinen Best-Off gesehen hast? Ja. Hat sich gefreut, aber er hat es nicht gesehen. Ja toll. Lass mich den Schlüssel auf. Sehr gut. Jetzt mach die Tür auf. Sauber. Ich bin im Zuschauermodus gelandet. Weil du aufgegeben hast. Ja, du nicht? Ja, nicht so aufgeben. Ach, ihr habt auf Neustart geklickt. Ich komme da nicht mehr rum. Oh, ich habe auf Aufgeben geklickt. Das war ja auch ein bisschen dumm. Ach, Mann, Jarell, bestes Level mal wieder. Hä, das Level ist echt... Hä? Oh. Hä, was macht denn Jarell da? Tritt mal es. Ja, mach weiter. Let's go. Bald, bald, du. Wie soll das gehen? Hä, warum ist jetzt Bowser da? Hä, wo seid ihr denn? Das ist sehr verrückt. Ihr seid, glaube ich, falsch abgebogen. Ihr seid am Anfang. Das ist so crazy. Hä, wo war denn der Switch-Schalter? Ich weiß es nicht. Hä? Wieso ist jetzt auf einmal wieder an? Das ist verrückt. Ach, wahrscheinlich, weil die irgendwo auch noch einen Schalter haben. Nein! Auf die Bombe nicht schmeißen. Jarell hat einen Schalter... Nö. Nee, ihr müsst mit dem Pfeil da so über den Berg schießen, deswegen. Über den Berg. Nein, jetzt müsst ihr da oben rechts gegen schießen, Mann. Nein, es geht nicht. Wie funktioniert das mit dem? Da oben, oben ist ein Schalter. Ja! Mann, Alter. Oben! 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 Mensch, ihr müsst springen dabei. Ja! Ja, schnell geschafft! Vielleicht auch nicht. Das ist so eine Art. Hallo, hallo, Taufi! Taufi, kommst du! Checkpoint! Ist das kein Ernst? Ich gehe, tschüss! Ja, ihr müsst euch tatsächlich jetzt aufteilen. Ich glaube, du musst dagegen schießen, nicht reinlaufen. Und jetzt? Was habe ich davon? Nichts. Toll! Toll, das ist total nicht... Ja, ich hätte ihn anlassen sollen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hä? Was muss ich tun? Ich bin bereit. Das ergibt alles keinen Sinn, oder? Du musst wieder runter. Das ist ein komisches Level. Ich glaube, den Schlüssel hat einfach... Jarell, der ist jetzt am Ende. Ich glaube, ich bin auch in der verkehrten Welt. Nicht nur Mario. Nee, ihr könnt jetzt mit dem Schlüssel einfach zum Endboss gehen. Da ist doch nichts da unten. Jarell macht den Endboss schon. Geh mal zurück. Und jetzt da in der Mitte. Schrei mich nicht so an. Ich vertrag das nicht. Da in der Mitte. Hä, wer schreit? Rauni. Hä? Ich schrei doch gar nicht. Wer hat denn geschrien? Ja, ins Mikro. Ah, Hilfe. Wo ist Gegner? Es sind sechs Sekunden noch. Oh, ups. Ich habe mein... Nein! Ich habe mein Dings verloren. Ich bin tot. Zeit abgelaufen. Super, toll. Er hat es geschafft. Ein Problem, bin ich auch. Nummer, nur ein Farmer auf. Das ist doch tanto. Bis zum nächsten Mal. Und hier. Aber es ist los. Aber drift womb.